ARD Text im Auftrag von Funk Wir erhalten eine Meldung von unserem T-Cast Die Maschine, mit der Ihre Frau und Ihre Tochter geflogen sind Hatte in großer Höhe einen Zusammenstoß AX-112, können Sie mich hören? Ich möchte, dass mir jemand sagt, dass es Ihnen leid tut, dass Sie meine Familie getötet haben Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, ist es möglicherweise in Ihrem Interesse, wenn Sie eine Veränderung durchführen Ein anderes Zuhause, ein anderer Name Ein anderes Leben Ich bin Journalistin, ich möchte Ihnen einige Fragen stellen Hi, wollen Sie bei der Suche helfen? Ja Sind Sie mit einem der Opfer verwandt oder befreundet? Nein Es ist das Beste für Sam und für uns und ich hoffe, es ist auch das Beste für dich Ich habe ihn gefunden Er hat sein Haus verkauft und ist in einen anderen Staat gezogen Haben Sie seine Adresse? Ich will ihm nur in die Augen sehen und ihm ein Foto von meiner Familie zeigen Sehen Sie es sich an! Niemand hat sich bei mir entschuldigt Niemand Ich bin kein schlechter Mensch, okay? Ich will, dass der Schmerz in mir aufhört Dass er weggeht Ich bin ein Foto von der Schmerz in mir aufhört Ich bin ein Foto von der Schmerz in mir aufhört